Wir sind jetzt hier in Aberlau und für den frühen Morgen, dann mache ich mal eine Kunstpause, um zu sehen, ob ich die halten können. Parkplatz, schauen wir mal, Public Park, Rolling Green, das ist wahrscheinlich, ach, das ist hier. In dem Gebäude dort, daneben sind auch die Toiletten, aber wir müssen dann hier über die Straße gehen, dass Sie damit aufpassen, dass keine Autos kommen und gehen dann hier runter. Soll ich mich so zuschauen? Nein, nein. Wie ist es denn? Bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt. Wissen wir uns? Ja. Dies ist die Geschichte einer Vision. Der Leidenschaft eines Mannes, der sich stets treu blieb und seinen Traum verwirklichte, das beste Drum im Tal zu kreieren. Und die Geschichte einer Familie, die dieses Erbe seit 120 Jahren pflegt. William Grant erkannte früh, welches Potenzial das Land rings um seine Heimatstadt bag. Er wusste, das klare Wasser der Flüsse war perfekt für seinen Whisky. So fiel seine Wahl auf die Robbie-Doo-Quelle hoch und in Conwell Hills. Ein Tag ist Leidenschaft, ein Jahr ist Stolz. Sieht das feine Eichenaroma noch besser auf. Als eine der wenigen Brennereien, die ihre Fässer noch selbst küfern, können wir unseren Whisky nach alter Tradition reifen lassen. Unsere hochqualifizierten Küfer bauen und reparieren bis zu 16 Fässer am Tag. Von den staubigen Straßen Lahors im Jahre 1909 in die Feuchtgebiete Chinas um 1910. Sein Konzept ging auf. Aufgebrochen war er mit nichts als einem Schrankkoffer gefüllt mit Whisky. Zurück kam er schließlich mit einem weltweiten Absatzmarkt für seinen Single Mood. So, das wir später gehen. Das war ja. Maxche. Ja. Ja. Das wäre doch. Ja. 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 Der Schopf ist nicht guter Saugau, ist zu stark. Diese lassen wir dafür später. Die ist der Herz. Der Schopf ist auch zu und zu uns. So, drei Whisky zu probieren heute. Der erste ist dann zwölf Jahre. So, möchten Sie, helfen Sie. Hier sind Sie vorne noch mal. Die Tür. Wie gesagt, hier rechts. In den Highlands, aber nicht der von Schottland. Hier unten, das ist schlecht geht es. Hier auch, ja. Das einzige Gute bei dem Skizentrum ist, dass man direkt vom Parkplatz das Skifahren kann. Bei den anderen muss man mal erst hochfahren oder weiter. Ja, ja. Und die haben natürlich auch den Anzug dabei haben. Um hier durch zu können. Jetzt ist es also nicht mehr sehr weit bis runter zur Hauptstraße. Von dem Fluss ist eben das, das ist der Park hier von Balmoral Castle. Das ist so eines meiner vielen Ferienhäuser, die ich mir von Trinkgeldern kaufe. Das ist ein Fokus. Gibt es Raufhäuser? Ja. Das werden Sie noch einmal nachher? 40 Minuten, 20. 40 Minuten. Ja, das ist jetzt. Ja, okay. Ok, ja. Jetzt schauen Sie nach rechts. Dann können Sie bringe mal Kasse. Ganz gut. Wien suchst du? Das ist ein weites, fruchbares Tal. Vielen Dank.